Diese Reise hatte sich Roman Trofimov aus Estland anders vorgestellt. Vom 20. März bis zum 7. Juli saß er am Flughafen Manila fest. Grund waren die Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise. Jetzt, mehr als hundert Tage später, konnte er die Rückreise nach Europa antreten. Zuvor hatte er über seine Facebook-Seite um Hilfe gerufen. Der Fall erinnert an den Spielfilm Terminal von Steven Spielberg. Am 12. März flog Trofimov von Tallinn nach Thailand. Am 20. März mit der Fluggesellschaft AirAsia weiter auf die Philippinen. Dort galten mittlerweile Einreisebeschränkungen. Trofimov kam nicht ins Land. AirAsia hätte ihn zurückfliegen müssen, doch auch in Thailand galten mittlerweile strenge Regeln und die Flüge nach Estland waren alle gestrichen. Die Airline nahm ihm daraufhin seinen sogenannten grauen Pass ab. Das ist ein Pass für in Estland lebende ex-sowjetische Russen. Trofimov wohnt in Estland, ist aber kein Staatsbürger und hat damit weniger Rechte. Die ersten Wochen musste sich der Mann, ähnlich wie Tom Hanks im Film, im Abflugbereich des Flughafens aufhalten. Erst dann bezog er ein kleines Zimmer in dem Terminal. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Der Terminal 3 war schade. Als ich hier am 1. März 20. kamen sie mich in Terminal 3. Und ich schlief auf dem Ploch oder auf dem Metallbench für eine Woche. Es gab keine Essen. Sie sagten, ich musste mein eigenes Essen und ich musste für mein Ticket bezahlen. Die Airline sagte mir das. Und nur nachdem ich mit meinem Kanzler aus der Pestonie habe, hat die Airline angefangen, zu mir Essen zu geben. Und dann hat sie uns hier am 1. April. Ich glaube. Sein Hilferuf hatte schließlich schnell Erfolg. Nur vier Tage nach seinem Facebook-Post bestieg Trofimov ein Flugzeug nach Amsterdam. Dort ist er mittlerweile gelandet. Zurück nach Estland hatte er es noch nicht ganz geschafft. In einem weiteren Facebook-Post zeigte er sich aber zuversichtlich. Auf den einen Tag komme es nun auch nicht mehr an.